Oh mein Gott! Dramatische Szenen in Florida. Autos werden auf dem US-Highway von den Auswirkungen des Horrorsturms Milton verfolgt. Die Fahrer fliehen in ihren Fahrzeugen und folgen einem Einsatzwagen, während die Gefahr bedrohlich näher kommt. Hurricane Milton hat die Westküste Floridas mit voller Wucht getroffen. Besonders betroffen ist die Region um Tampa, in der Millionen Menschen leben. Trotz der verheerenden Zerstörung, die der Hurricane anrichtet, fühlen sich die Autofahrer in ihren Wagen vermeintlich sicher. Die Behörden warnen vor diesem Trugschluss. Doch Milton wütet ungebremst weiter in der Region. Die Hoffnung der Menschen bleibt, dass der Sturm sich bald abschwächt und in Richtung Atlantik abzieht.